österreich liebe oe24 zu sehen ja ich bin jetzt in kroatien aber keine angst ich habe schon urlaub verbracht im eigenen land ich war in kirchberg spazieren ich war in weid hofen ich war in eisenstadt waren frauenkirchen und weiß was ich war jetzt einmal hin wachau super weine aber jetzt bin ich natürlich in kroatien da wo die ex oder gebürtige holländer sie zuhause füllen wohnwagen urlaub zweieinhalb woche nur mit camp unterwegs sein aber der grund ist ich habe neues licht macht disco toni und rolf cabrio wir haben mit der schicke mickey club wir feiern das leben als neue hit gemacht das ist der somit und ich wünsche euch singt das lied mit weil wir haben nur ein leben und das leben sollen wir genießen und deswegen freue ich mich euch bekannt zu geben dass der franken schenkels als fußballexperte von oe24 aber auch aber auch was zukünftige sänger mit allen respekt für kavalier seil und speer für alles christina stürmer für alle große ich mische euch nicht rein ich will nur mit spaß haben und deswegen schicke mickey club freke schenkels ab morgen zehn uhr wie feiern das leben österreich glibwein